Ring aus Kraterkegeln Im Zentrum dieser Beobachtung sehen wir einen Ring aus Kegeln, die sich auf einem Kraterrand ausgebildet haben. Offensichtlich ist da Wein und um den Ring ausgetreten. Interessanterweise hat der Bereich um den Ring nur wenige Kegel. Ist Wasser oder Wasserdampf zum Krater geflossen und hat diese Zone weniger produktiv werden lassen? Diese Kegel sind wahrscheinlich Pseudokrater, wurzellose Kegel. Sie werden so genannt, da sie nicht durch direkten Lava-Zulauf, aus der Tiefe, entstehen, sondern durch die Interaktion von Lava und Wasser oder Eis im Grund. Die Pseudokrater in diesem Bild könnten sich um den Kraterrand gebildet haben, weil die Lava dort einflüssig war. Pseudokrater finden sich auch, auf der Erde, wie zum Beispiel beim Myrdal-Zirkul-Platoogletscher in Island.